Too bad, too bad. Ja, was los? Ich hab was Dummes gemacht. Ich hab was richtig Dummes gemacht. Was hast du jetzt schon wieder getan? Erinnerst du dich noch an den Maxwell in L? Ja? Ich hab es wieder getan. Was hast du wieder getan? Ich hab mir noch einen bestellt. Du hast ihm noch einen in L bestellt? Nicht in L. In XXL. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Wie XXL? Wo ist der? Warum seh ich ihn noch nicht? Wenn er XXL ist, dann muss ich ihn noch von überall hier sehen. Nein, er hat nicht auf unsere Insel gepasst. Wo ist er dann? Er ist in der Lobby. In der Lobby? Wir kriegen so viel Ärger. Oh nein. Was hast du mit Mann? Was ist das denn?